Hier ist es, Set Nummer 2. Die vielleicht auch nochmal ein neues Level erreichen, inszenatorisch beispielsweise, ich hatte das ja in der vorletzten Broadcast-Ausgabe mit The Last of Us, also eben was die Inszenierung angeht und so weiter, aber in bestimmten Bereichen einfach was die Begeisterung vielleicht auch in gewisser Weise angeht, was vielleicht auch so ein bisschen das Spielgefühl angeht. Ich finde da hat die Videospielbranche in den letzten Jahren eher einen Stopp gemacht oder zumindest geht es nicht so krass voran, wie ich es gerne hätte, vielleicht auch was KI angeht beispielsweise. Aber VR finde ich hat genau das erreicht, es hat natürlich noch nicht dieses Standing, noch nicht diesen Erfolg auch, trotzdem macht ja nichts, ist eigentlich jetzt auch komplett unabhängig davon, wie das draußen ankommt. Wenn ihr mich fragt, ich finde VR ist ein Erlebnis. Ich werde irgendwann auch nochmal ein Video machen, wo es auch nur um VR geht, was ich da so ganz besonders dann finde, auch anhand von Beispielen und so weiter, das wird dann auch ausführlicher sein. Hier möchte ich einfach nur eigentlich einen Tipp loswerden, deswegen wird dieses Video auch vermutlich etwas kürzer werden. Und zwar ist jetzt Racket Fury Table Tennis verfügbar und zwar umsonst für diejenigen, die ein Playstation Plus Abo haben. Nicht nur das, es gibt auch Star Wars Credence, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht mal sprechen unbedingt, obwohl ich das Spiel auch durchaus empfehlen kann. Aber ich möchte tatsächlich auf Racket Fury Table Tennis eingehen, weil genau dieses Spiel zeigt, warum VR so cool sein kann. Nämlich, ich habe das schon mal in einem Artikel für N plus X geschrieben. Übrigens, diesen Artikel werde ich auch verlinken in der Infobox, auch Testvideos zu VR-Spielen, die ich getestet habe. Das findet ihr alles in der Infobox, wenn ihr interessiert seid, könnt ihr euch dort das Ganze gerne reinziehen. Aber in dem Artikel habe ich geschrieben, dass VR für mich dafür sorgt, dass ich viel toleranter bin und wieder viel offener bin, was verschiedene Genres angeht. Es muss nicht der Shooter sein oder das Action-Adventure sein. Es kann dann auch mal wieder Tischtennis sein. Es kann dann auch ein, weiß ich nicht, Job-Simulator sein oder irgendwie ein Kopfballspiel oder so Minigames oder sowas. Aber genau da, finde ich, sind wir hier bei Racket Fury Table Tennis genau an der richtigen Adresse, meines Erachtens, weil ich einfach Tischtennis spielen kann auf eine doch, wie ich finde, sehr, sehr, sehr realistische Art und Weise. Es gibt hier zwei Modi, du kannst, oder nicht zwei Modi, zwei Einstellungen, du kannst einmal Arcade einstellen. Da ist das Spiel gnädiger, also so je nachdem, wie du den Schläger hältst. Mit Bewegungssteuerung wird gespielt, also mit Move-Control lernen, also man braucht auch durchaus beide, einfach um auch den Tisch so ein bisschen einzustellen, da komme ich gleich drauf zurück. Und auch den Ball dann halt eben beim Aufschlag dann eben hochzuwerfen. Aber genau, mit der Bewegungssteuerung, also je nachdem, wie der Winkel eben deines Schlägers ist, kannst du natürlich eben auch den Ball zu kurz spielen, sodass er ins Netz geht oder eben auch zu weit. Plus eben auch die Intensität, wie doll du denn zuschlägst. Aber genau hier ist das Spiel dann etwas gnädiger im Arcade-Modus, aber auf eine Art und Weise, die mir nicht zu viel abnimmt. Ich habe im Arcade-Modus nicht das Gefühl, das Spiel übernimmt jetzt total und ich kann hier irgendwie fast gar nichts machen, ich brauche nur noch irgendwie hin und her zu schwingen. Es hat dann immer noch, wie ich finde, einen sehr, sehr hohen Anspruch, aber schon so, dass super lange Ballwechsel zustande kommen, wenn mein Gegenüber halt auch ein bisschen, ja, es ein bisschen kann, sagen wir es mal so. Und es gibt eben auch den realistischen Modus, also Physik kann man auf Realismus einstellen und da muss ich sagen, das hat schon echt einen guten Anspruch. Und ich meine, ich habe nie im Verein Tischtennis gespielt. Ich hatte oder habe sich auch immer noch eine Tischtennisplatte bei meinen Eltern in der Garage stehen. Habe früher auch mit meinen Kumpels sehr, sehr viel gespielt, sehr, sehr viele Nächte um die Ohren geschlagen mit Tischtennis tatsächlich draußen in der Einfahrt. Und auch bei mir auf der Arbeit steht eine Tischtennisplatte. Da habe ich auch das ein oder andere Mal ein bisschen gespielt, ist aber auch schon mittlerweile länger her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn dieser Realismusmodus eingestellt ist, dann ist das schon, dann kommt das schon dem echten Tischtennis schon sehr, sehr nah für meine Begriffe. Wenn jemand von euch da draußen Tischtennis-Spieler, Trainer ist und VR hat und vielleicht auch dieses Spiel gespielt hat, bitte, bitte gerne schreiben in die Kommentare. Ich meine, so viele Zuschauer habe ich ja nicht, aber es kann ja sein, dass vielleicht einer von euch dabei ist. Und dann schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das empfindet, weil ich habe das Gefühl, die Physik, die Ballphysik ist super. Also da habe ich schon das Gefühl, wenn ich es besser könnte, dass ich Topspin, Sidespin, Schmetterball und so weiter, was weiß ich, wie sie alle heißen, dass sich das alles wirklich sehr, sehr gut übertragen lässt im Spiel. Und ich da durchaus nicht einfach nur einfach hin und her spiele, sondern da wirklich Nuancen habe, wie ich den Ball spielen kann. In ganz feiner Art und Weise. Das macht einfach Bock. Ich habe da jetzt die letzten Tage so viel Zeit mit verbracht, dass mir die Füße wirklich weh getan haben vom Stehen. Ich habe jetzt auch, wie man hier auch in einem Video sehen kann, solltet ihr euch das Ganze nicht nur anhören, sondern auch anschauen. Habe ich auch barfuß gespielt. Gut, vielleicht auch keine super Idee. Beim nächsten Mal werde ich vielleicht tatsächlich saubere Schuhe anziehen, damit ich auch die Wohnung nicht irgendwie dreckig mache oder irgendwelche Flecken am Boden oder so. Aber gut, anderes Thema. Ich kann Racket Fury Table Tennis wirklich, wirklich jedem ans Herz legen. Selbst wenn man vielleicht gar nicht mal so viel Spaß an Tischtennis normalerweise hat, macht es einfach mal. Ladet es euch runter. Ich meine, es ist umsonst. Es ist umsonst für diejenigen, die ein PlayStation Plus Abo haben. Und da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Einfach ein bisschen ausprobieren. Gibt es einen Trainingsmodus. Es gibt dann natürlich verschiedene Gegner. Es ist dann alles hier als Roboter dargestellt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eben, weil das eben auch relativ low budget ist, da werden jetzt nicht realistische Spieler dargestellt, die dann irgendwie auch von der Bewegung, Körper und so weiter. Das wäre natürlich nochmal ein Aufwand mit Robotern, ist sowas dann immer leichter darzustellen. Bin ich aber total cool mit, von mir aus, soll man es so machen. Ist mir recht. Solange das Gameplay stimmt, die Physik stimmt, das Spielgefühl stimmt. Ich habe das Gefühl, ich stehe wirklich an der Tischtennisplatte und habe wirklich einen Schläger an der Hand. Und der vibriert, sobald ich den Ball schlage und der vibriert unterschiedlich stark, sobald ich den Ball schlage. Dann ist das für mich schon alles auf einem Niveau, wo ich dann auf jeden Fall mit zufrieden bin und wirklich, wirklich viele Matches spiele. Und was ich auch sehr, sehr viel tue, ist hier online spielen. Ich bin in manchen Spielen, zum Beispiel jetzt mal Pro Evolution Soccer, spiele ich gar nicht mehr so häufig online gegen Fremde jetzt beispielsweise. Gegen Freunde ist was anderes, aber gegen Fremde ist mir das manchmal auch ein bisschen zu stressig. Und hier, da spiele ich fast nur gegen Fremde, weil es einfach irgendwie Bock macht. Es macht einfach Spaß, mit unterschiedlichen Leuten zu spielen. Und hier kommt dann auch dieser Charme von VR rüber, wenn man sich dann gegenseitig zuwinkt oder mit den Armen halt lustige Bewegungen macht oder tanzt oder sowas. Oder so mit dem Schläger auf die Tischtennisplatte haut, wenn einem was nicht gelungen ist. Und man hört dann auch sein Gegenüber, wie der dann lacht, also wenn er sein Mikro anhat und so. Also das ist irgendwie, das hat halt nochmal eine ganz andere soziale Komponente, die es normalerweise in flat, flachen, normalen Spielen halt nicht hat. Wo man halt vielleicht sich nur gegenseitig hört oder man irgendwelche Emotes dann aktiviert. Hier bewegst du dich einfach und machst halt, was du willst. Und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, ein Schwert nacharmst und damit irgendwie dem Gegner drohst, also natürlich aus Spaß. Oder irgendwie der Gegner Bälle nach dir wirft und du dann halt so ausweichst, im besten Matrix-Style. Das ist einfach charmant, es ist lustig, es sorgt immer wieder für Lockerungen und für Lacher zwischendurch. Und dann wird aber dann vernünftig weitergespielt. Ich habe das schon ganz, ganz oft gesagt, was VR angeht, man muss es einfach selbst mal ausprobiert haben. Man muss es einfach selbst mal spielen. Und dass ich jetzt so lange darüber rede, es gibt manch AAA-Bombast 300-Millionen-Dollar-Produktionen, jetzt mal übertrieben gesagt. So übertrieben ist es eigentlich gar nicht mehr. Aber über die ich nicht so viel reden würde, wie über das hier. Das, also VR-Spiele können manchmal wirklich eben faszinieren. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich das als Kind auch vielleicht erlebt habe. Wo Videospiele noch etwas Neues waren und wo auch die Sprünge von Videospielen halt auch größer waren. Und das schafft VR nach wie vor. Und manchmal vergesse ich das auch. Ich habe jetzt in letzter Zeit weniger VR gespielt. Ich habe irgendwann auch wieder mit Everybody's Golf angefangen. Auch darüber habe ich einen Test gemacht. Everybody's Golf, einfach mal so eine geschmeidige Runde Golf. Und dann nicht so wie bei Wii Sports damals, sondern halt wirklich dann doch nochmal einfach mit mehr Tiefe. Und abgesehen davon, dass man eben mittendrin ist und der 3D-Effekt der Virtual Reality-Brille, all das hebt das Ganze auf ein ganz, ganz neues, ganz, ganz anderes Niveau. Also wer von euch da draußen vielleicht noch nie VR ausprobiert hat und das jetzt vielleicht auch so mit so Wii-Mode oder Wii Sports Resort oder sowas vergleicht. Oh mein Gott, dazwischen sind Welten. Absolut. Und ja. Naja, ansonsten nochmal zu meinen Erfahrungen. Weil ich habe ja vorhin auch Arcade oder Arcade und Realismus angesprochen. Ich spiele online tatsächlich lieber Arcade. Und ich habe es meistens so eingestellt, weil man auch nicht weiß, gegen wen man da spielt. Manchmal merkt man auch allein von der Höhe her des Roboters. Man kann ja die Tischtennisplatte ja auch einstellen. Also die Höhe. Und manchmal steht dann auch jemand Kleines dann da irgendwie. Also man hat das Gefühl, okay, die Person ist tatsächlich auch nicht so groß. Oder vorher hat jemand Großes gespielt. Vielleicht der Vater, dann das Kind. Und dann ist der Roboter auch direkt tiefer angesetzt sozusagen. Und dann hat man direkt das Gefühl, alles klar. Aber da ist jemand vielleicht jetzt nicht ganz so alt. Und um nochmal darauf zurückzukommen. Also man weiß nicht, mit wem man es da zu tun hat. Und dann ist Arcade eigentlich immer eben das Bessere. Damit es halt dann auch bei solchen Spielen macht es ja Spaß, wenn der Ball auch zurückkommt. Und man nicht nur irgendwie einen Ballwechsel von zwei hat oder sowas. Aber manchmal habe ich auch gegen einige gespielt. Meine Fresse, da haben wir wirklich gekeucht und uns da die Bälle um die Ohren geknallt. Und da sind das dann halt auch manchmal Leute dabei, wo ich dann denke, okay, hier hätten wir auch Physik auf Simulation stellen können. Hier übrigens sieht man, dass auch Simulation ist eingestellt. Hier jetzt gegen diese Person, gegen die ich hier spiele. Und schon läuft das Bällchen auch nicht ganz so rund. Und insgesamt bevorzuge ich aber Realismus schon lieber, weil es einfach dem echten Tischtennis da eine ganze Ecke näher kommt. Was ich mache ist, vielleicht interessiert euch das ja, weil man ja da wirklich doch auch ins Schwitzen kommt. Jetzt gerade sind ja auch die Temperaturen nicht mehr ganz so frisch. Das heißt, wir steuern ganz klar Richtung Sommer. Und dann wird es natürlich auch dann heißer, auch unter der Brille. Und ich habe dann halt dann tatsächlich auch so ein Tuch dann um meine Stirn herum festgemacht. Jetzt hier in dem Video sieht man das zwar nicht, aber normalerweise habe ich das so, dass ich da so ein Tuch um meine Stirn mache oder um meinen Kopf, weil ich da einfach am meisten schwitze. So generell auch. Und dann darüber die VR-Brille aufsetze. Und dann ist das Ganze auch schweißfrei. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich bin begeistert von diesem Spiel, dass ich da vorher nicht schon drauf gekommen bin. Fast traurig. Ach ja, eine Sache vielleicht auch noch. Ich habe relativ schnell immer Gegner gefunden. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ich hatte ja auch Creed. Dieses Boxspiel, was ich auch sehr, 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 sehr anstrengend fand und was mir auch gut gefallen hat. Aber da habe ich jetzt nicht so schnell Gegner gefunden. Ist aber auch nicht unbedingt das Spiel, was ich unbedingt gegen einen Gegner spielen, also gegen einen menschlichen Gegner spielen muss. Bei diesem Tischtennisspiel hier sieht das da ganz anders aus und ich finde super schnell tatsächlich Leute, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass das so viele sind, die das spielen, beziehungsweise auch noch online spielen. Aber bisher, muss ich sagen, hatte ich keine Probleme und vielleicht dadurch, dass es jetzt eben auch umsonst verfügbar ist, spielen es auch umso mehr Leute. Wer noch keinen PlayStation Plus hat oder irgendwie, vielleicht ist es dann, es ist jetzt vorübergehend, ich glaube nur bis zum 19. Juni könnt ihr das euch umsonst runterladen. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal klar erwähnt haben. Das heißt, bis zum 19. Juni bitte vorher schon herunterladen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und falls das dann doch irgendwie zu spät ist oder ihr gerade kein PlayStation Plus Abonnent seid oder sowas, dann würde ich euch trotzdem empfehlen, euch das Ding einfach mal anzuschauen auf jeden Fall. Genau, ich bin begeistert und das auch nochmal zum Abschluss möchte ich das ganz gerne erwähnen. Also es ist ja jetzt nicht mehr so, dass die VR-Brille, gerade die PSVR und auch die Move-Controller, es ist jetzt nun wirklich nicht mehr State-of-the-Art-Technik, was VR angeht. Und trotzdem schafft es so ein doch recht kleines Game mich so zu faszinieren, dass ich sage, viele andere Spiele können jetzt erstmal sich zurücklehnen und sich ausruhen. Ich bin jetzt erstmal hiermit beschäftigt. Ja, wie immer wieder der Aufruf, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal, liked auch gerne, kommentiert. Vielleicht habt ihr auch Themenvorschläge, vielleicht interessiert euch auch mehr zum Thema VR, was ich dann auch beim nächsten Video, wenn ich das nächste mache, rund um Virtual Reality, was ich dann auch nochmal verpacken kann. Alles klar, das war es von meiner Seite aus, macht's gut, wir hören uns demnächst wieder und bis dann, ciao.